Was ist los, Junge? Jetzt bist du noch am Fliegen, Dicke. Mykonos, Athen, Dahl, Jerusalem, Dicke. Jetzt auf einmal, Dicke. Antalya. So, Hab Hab, willkommen. So, Leute, wir befinden uns jetzt am Flughafen. Auf jeden Fall, Leute, wisst ihr gar nicht, was gestern passiert ist? Das habe ich gar keinem erzählt. Ich war nicht abgefuckt. Wir sollten eigentlich gestern schon fliegen. Gestern beim Eincheck, genau wo ich ins Flugzeug reingehen wollte, habe ich einfach bemerkt, dass ich meinen Ausweis irgendwo verloren habe. Ich habe meine Mutter. Ich habe einfach mehr Ausweis hier irgendwo im Flughafen fallen. Oh Gott sei Dank habe ich einen Pass. Deutschen Pass. Auf jeden Fall geht es jetzt ab nach Antalya. Wir haben es bis zum Flugzeug geschafft. Und scha Allah landet das Flugzeug gut. Und wir kommen gesund an. Ihr wisst Bescheid. Ich habe den Leuten erzählt, dass wir eigentlich gestern mit ihm sagten. Ich habe auch meinen Ausweis auf. Erklär den einfach. Das kann auch nur mir passieren, dicker Allah. Ich schmüge auf alles. Leute, ich küsse eure Herzen. Danke an jeden Einzelnen, der mich supportet. Ich sehe das gerade alles. Ich küsse eure Augen. Danke an jeden, der den Trailer postet. 14.8. Ihr wisst Bescheid. Ah, du kleiner Hund. Das hat mir getan, Allah. Das ist meiner, der ist meiner. Mann, dicker. Willst du diese Follower beben? Du bist Follower. Ich kenne dich doch. Markier mich. Und mir bitte folgt an der Kähne. Bitte, bitte. Unbedingt. Ich hätte dich so baller mat haben, du Hund. Er hat mich einfach gefickt. Er hat mich so nass gemacht. Er hat mich so nass gemacht. Er hat mich so nass gemacht. Ich küsse diche. Ich küsse diche. Ich küsse diche. Ich ver dich. Ich küsse diche. Ich küsse diche. It's Walter.